This is me, Julia Möller. Ich bin Deutsche, aber wohne schon seit 10 Jahren in Amerika. Ich liebe es zu singen und filme mit meiner besten Freundin Sophie zu gucken. Mein Leben ist eigentlich perfekt. Was? Umziehen? Zurück nach Deutschland? Ins Land der Schlager? Der Lederhosen? Und der Bratwurst? Willkommen in Deutschland. War das eine Bisonherde? Der Sport-Squad. 98% Muskeln, 2% gehören. Jeder, der hier cool sein will, schließt sich einer Gruppe an. Einer Squad. Die Hip-Hop-Squad. Der Vlogger-Squad. Die Fangirl-Squad. Der Technik-Squad. Und klar, die VIP-Squad. Stella Finkenstedt, die Anführerin. Sie hat nur ein Ziel im Leben. Angebetet zu werden. Du bist ein Misfit. Einer was? Das ist der Squad für... Loser. Ein Misfit. Willkommen, liebe Freunde. Ein neues Schuljahr hat begonnen. Und neue Opfer. Und auch dieses Schuljahr beenden wir natürlich mit... Humboldt-Supertalent! Lass es mich ganz deutlich sagen, Misfit. Ich bin hier an der Schule des Gesangstalent. I can make you or break you. Misfit Möller wird am Kontest teilnehmen. Was? Misfit Möller wird jeden Tag unangenehmer. Jetzt kannst du dich aufmachen. Jetzt stellst du dir vor, dass du auf einer echten Bühne stehst. Dann such dir jemanden im Publikum aus und singst nur für diese eine Person. Englisch-Nachhilfe? Willst du gerne zurück nach Amerika, Julia? Wenn ich ihm Sohn zu einer 3 verhelfe, dann gewinne ich den Contest. Und schwupps, bist du auf dem Weg in die USA. Julia, komm! Ja, ja, ich komme! Haltet euch fest! Überall in der Schule sehen wir den Buchstaben M. Remember the Misfits? We'll make the difference. Hey, Cinderella, la, la, la. Remember the Misfits? We'll make the difference. Yeah! Mom. We'll make the difference. 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 Bis zum nächsten Mal.